Musik Beim Festival Mixtur, das am 26. April in Barcelona stattfand, präsentierte das Ensemble Forum Neue Vokalmusik Stimmung von Karl-Heinz Stockhausen, welches als das wegbereitende Stück für westliche Obertonmusik gilt. Vielleicht kann man sagen, wenn man es lernen will, ist es eine Weiterentwicklung des Sprechens, denn auch das Sprechen, also die Vokale, ist nur eine Modulation des Originaltons. Also der Originalton entspringt hier und er wird durch unsere Sprechwerkzeuge geformt. Und je nachdem wie wir ihn formen, haben wir einen helleren Klang, zum Beispiel I oder E, oder einen dunkleren Klang wie O oder U. Musik beim Obertonengesang ein ganz bestimmter Oberton hervorgehoben, der also nicht nur eine Farbe gibt, eine Vokalfarbe, sondern eben den man als einzelnen Ton wahrnehmen kann. Es wird also dem Ohr vorgegaukelt, es gäbe eine zweite Schallquelle, die nicht vorhanden sind, aber deswegen denkt das Ohr, es gäbe zwei Quellen. Also wenn ich das mal vormachen darf, dann wäre es zum Beispiel so... Wauw! 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 Muuu! Wai! Muuu! Muuu! Waii! Muuu! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!